So heiß! Oh nein, es ist so kalt! Kalt! Heiß! Kalt! Heiß! Die Heiß-gegen-Kalte-Ausforderung! Es ist so heiß hier drinnen! Es ist so kalt! Fern ist wunderbar! So viel besser als die Kälte! Ich liebe die Kälte! Hitze ist schrecklich! Ich glaube, es ist Zeit für einen Snack! Lecker! Jetzt die Popcorn-Maschine! Das wird köstlich sein! Wow! Mh! Lecker! Es ist Zeit für etwas Spaß! Lass uns etwas Schnee machen! Lass uns einen Schneeball machen! Lass uns einen Schneeball machen! So lecker! Hä? 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 Was ist das? Ich weiß nicht, was passiert ist! Vielleicht ist dein Popcorn kalt geworden! Hm! Ha! Hoppla, damit habe ich nicht gerechnet. Versuchen wir das. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ivan, ich brauche deine Hilfe. Mein Make-up ist eingefroren. Kein Problem. Wow. Jetzt müssen wir warten. Es funktioniert wirklich. Danke, aber jetzt ist alles nass. Wie soll ich denn... Erledigt. Alles ist jetzt trocken. Vielen Dank, Ivan. Ich bin jetzt hier eine Schneekönigin. Siehst du, heiß ist nützlich. Ich gehe wieder zurück auf meine Seite. Hm, ich will einen heißen Tee. Ah, ah, ah. Heiß. Oh je. Ich weiß was. Eis wird helfen. Jetzt ist der Tee nicht mehr so heiß. Danke, Maria. Ich fühle mich viel besser. Du siehst, Kälte kann auch nützlich sein. Ich denke, du hast recht. Zeit fürs Mittagessen. Es sollte jetzt fertig sein. Oh, das ist eine schlechte Art, ein Ei zu machen. Lass mich dir helfen. Fertig. Hm, es riecht so gut. Vielen Dank, Ivan. Gerne. Siehst du, heiß ist besser als kalt. Ich verstehe. Heißes Essen ist das Beste. Zeit für Marshmallows. Wow. Feuer. 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 Siehst du, Kälte lässt sich nie im Stich. Ich verstehe es jetzt. Ich weiß, was du zu tun ist. Ich weiß, was du zu tun ist. Fühlst du dich jetzt besser? Oh, viel besser. Danke, Ivan. Siehst du, heiß ist so viel besser als kalt. Ivan, ich muss zugeben, dass heiß sehr wichtig ist. Und kalt ist auch sehr wichtig. Ja, ich liebe heiß so sehr. Aber kalt ist immer noch besser. Heiß ist immer noch besser. Ivan, Maria, was macht ihr hier? Ihr solltet doch eure Hausaufgaben machen. Seid ihr Babys? Ja, wir sind Babys. Okay, heute müsst ihr tun, was Baby Alex tut. Ja, cool. Wow, es regnet Bälle. Wow, das ist Federspielzeug. Wow. 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 Mittagspause. Ich will Pizza. Und ich will Eiscreme. Was ist das? Ich will Pizza. Ich auch. Nur gesundes Essen für die Babys. Okay. Okay. Zeit zu lernen. Oh nein, ich will nicht lernen. Ich will spielen. Keine Sorge. Das wird ganz einfach. Das ist für Babys. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1. C, A, S. A, C, A, S. Schlaf in Zeit. Hä? 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 Nein, das ist so viel. Oh, die Babys machen nach dem Lernen ein Nickerchen. Ah. Spielzeit. Machen wir eine Spritztour. Yay. Ich will nicht mit dem Laufrad fahren. Lass uns das Auto ausprobieren. Was ist das? Das gefällt mir nicht. Wir sind es leid, Babys zu sein. Wir wollen wieder wir sein. Kein Problem. Ihr könnt einfach eure Hausaufgaben machen. Ja, Hausaufgaben. Yay. Yay. Tolle Arbeit. Kinder, genießt alle eure Momente in eurer Kindheit. Yay. Yay. Yay.